Sie sind bereit, Sie haben gesagt, Sie wollen nichts sagen dazu, aber Sie wollen Ihre Taten sprechen lassen. Wir sehen nun von der Firma ABA neu entwickelte Salud-Raketen in der Kategorie F2 und zwar in mehreren Varianten, insgesamt vier Varianten, feuerfrei. Sehr schön, das ist unglaublich, die kleinen Dinge mehr. Da soll jemand irgendeinen Knopf drücken, habe ich gehört. Das war jetzt dann die Variante 1, die Silberfeder-Variante. Wir kommen zur Variante 2, die da heißt Königsflimmer. Endlich schäfernt es wieder, ist so schön. Los geht's. Das gefällt mir, Königsflimmer. Wäre es jetzt wieder Zeit für den Knopfdruck? Knopfdruck. Ja, ist gekauft. Den nehme ich. Ihr kriegt leider keine mehr. So, wir kommen zur Variante Nummer 3. Die Goldfeder. Man beachte erst mal die Silberfeder, jetzt kommt die Goldfeder. Sehr schön. Und jetzt würde ich mal wieder sagen, Knöpfchen drücken. Ja, da fällt die Entscheidung schwer. Ich würde mal sagen, alle. Es wird ein Zehner-Mix-Set geben, höre ich gerade. Das dann heißt Blitz und Donner. Oh, es schneit. Ja, da passt der Spruch, den ich heute auf die Webseite gesetzt. Wenn die letzten Funken verglühen, fallen sie erst Regen und Schnee wieder zur Erde. Wir kommen zur vierten Variante, die da heißt. Oh, da werden Sie jetzt ein paar freuen. Einer hat sich heute schon im Forum gefreut. Oh, der hat meinen Beitrag geliked. Kann das sein? Kann das sein? Ja, es ist confirmed. Stroke Salute. Ja, sehr geil. Ja, das glaube ich auch. An der Stelle werden wir mal... Made in Germany. Das ist das neue Himmelreich. Vielen Dank. Das ist das neue Himmelreich.